Seid oder seid Steht das T am Ende von seid Hat es immer zu tun mit der Zeit Steht bei seid am Ende ein D Ist das seid ein Verb, okay? Seid mit T Seit ich dich kenne, seit einem Jahr Seit unserem Treffen, seit Januar Seit einer Woche, seit dem ersten Schle Habt's mit Zeit zu tun? Okay, schreib jede Zeit mit T Schreib jede Zeit mit T Seit oder seid, ich weiß nicht wie man schreibt Mit D oder T, ich check's nicht, tut mir leid Seit oder seid, Deutsch ist echt nicht leicht Kann mir jemand helfen, das klingt doch beides gleich Steht das T am Ende von seid Hat es immer zu tun mit der Zeit Steht bei seid am Ende ein D Ist das seid ein Verb, okay? Seit mit D Seid ihr im Garten, wie seid ihr drauf? Wir sind zufrieden, seid ihr das auch? Seid ihr zusammen, seid ihr im See? Seid ein Verb, okay? Schreib diese Zeit mit D Schreib diese Zeit mit D Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020